Das Ziel meines Signature Drink ist es, ein Erlebnis zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch ein Getränk zu kreieren, das man zu Hause nachmachen kann. Dabei unterstütze ich die natürliche Spritzigkeit mit einem tropischen Fruchtnote von Mango. Zusätzlich unterstreiche ich die natürliche Balance des Kaffees mit Jasminblütensirup. Durch die Butter erhält er eine wahnsinnige Cremigkeit und mit dem Nitro-Verfahren eine Intensivierung.